Musik Mehr? Eine Flasche. Da will ich erstmal was sehen. Wird das reich? In all den Jahren hast du nie das erreicht, was ich in einem Fünftel der Zeit geschafft habe. Weil du ein guter Mann bist, Edward. Siehst du? Güte ist deine Krankheit. Das gehört mir, Robert. Gib es her! Ja! Kennst du noch mein Credo? Ein kurzes und fröhliches Leben, das ist alles. Die Welt schuldet uns nicht mehr als das. Also nimm dir, was du willst, und stirb, bevor du miterlebst, wie man dich zum Narren macht. Gib es her! So ist's recht, Junge. Nimm es. Ich zertrete dich mal. Ich schlitz dich auf! Ruhig, kleines Hündchen. Kriech zurück in deine dreckige Hütte. Du bist meinem Irrsinn nicht im geringsten gewachsen. Robert! Willkommen an Bord, Kenway. Beute, Plünderung und Abenteuer liegen vor uns. Bist du dabei? Aus dem Weg, Ben! Hebt das Glas auf die Freiheit! Auf alle Herren Glücksritter und alle Damen der Muße. Und auf eine Welt voller Lunken, die besser sind als alle Könige und Königinnen. Als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit. Freude und Genuss, Freiheit und Macht. Welcher Mann bei klarem Verstand würde das alte Leben wählen? Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur denn ein einfacher Mann zu sein. Der Sog schrieb mal von einem Adler, der hoch über einem Feld seine Kreise zog. Der stürzte sich aus der Luft herab auf ein Lamm, packte es und trug es fort zu seinem Nest. Ganz in der Nähe hatte das eine Dohle beobacht und bildete sich ein, dass sie genauso stark und geschickt wäre. Also mit viel Geflatter und Federgerassel senkte sich die Dohle eilig herab und griff nach dem Fell eines großen Widders. Aber als sie versuchte davon zu fliegen, merkte sie, dass sie nicht groß und stark genug war, um das Tier zu heben. Und selbst als die Dohle sich abmühte, bemerkte der Witter davon fast gar nichts. Ganz in der Nähe, gleich hinter dem Feld, sah der Schäfer den zappelnden Vogel und war äußerst amüsiert. Er rannte herbei, schnappte den Vogel und beschnitt ihm die Flügel. An diesem Abend gab er die Dohle seinen Kindern als Geschenk. Was für ein komischer kleiner Vogel, Vater, lachten und riefen sie. Wie nennt man ihn? Das ist eine Dohle, sagte der Vater. Aber wenn du ihn selbst fragst, wird er dir sagen, er sei ein Adler. Und dann ist er was. I'm not the only one! You've fucked on your merry way! Can't pass! Don't let him escape! Er Mila, just go before you regret it. Nicht mehr als zwei Jahre! Du hast es versprochen! Du bist gegangen! Als ich dich am nötigsten hatte! Aber du hattest mich! Warum kommst du nicht zur Ruhe? Mach ich dich nicht glücklich? Ich bin so nah, Caroline! Bitte, lass mich das machen! Tust du denn alles nur aus Trotz, Edward? Es ist nicht der Trotz, der mich antreibt, Mary! Sondern Mut! Zu welchem Zweck, Mann? Du hast niemanden mehr, den es kümmert! Der Fluch hat dir sein. Ich komm schon zu Recht. Du Laus! Immer zerstörst du, wenn du etwas aufbauen könntest. Sogar dich selbst, wenn sonst schon nichts ist. Lass mich in Ruhe! Ändere den Kurs, Edward! Ändere deinen Kurs, bevor es zu spämmen ist! Captain Kenway! Siehst aus wie ein Eimer Pflaumen muss. Gott! Ich hab einen Kater für zehn. Auf die Beine! Du machst es mir nicht leicht, Adil. Nachdem du mich mit Roberts allein gelassen hast, sollte ich wütend sein, dich hier zu sehen. Doch eigentlich bin ich ungemein froh. Ich auch, Bruder. Und es wird dich freuen, zu hören, dass es deiner Jackdaw gut geht. Sollten wir Segel setzen? Du gehst? Aye, Edward. Ich werde noch woanders gebraucht. Ah, die, hör doch. Wenn Herz und Verstand bereit sind, besuche die Assassinen. Ich glaube, dann wirst du es verstehen. Ja, du bist! Ja, du bist! Untertitelung des ZDF, 2020